Ich komme zum neuen Video von GTA San Andreas. Oh, ist auch ein bisschen behindert, ey. Bei der Hitzewelle, der Körper ist überall heiß und das nicht an meiner Rechner. Bis zum Abend, wo man Blut abnimmt, habe ich Gänsehaut, es ist mir kalt. Das ist auch ein bisschen bedeppet. Aber, was wir beim Körper auch machen. Ist der Bauch und das und die Rücke und das warm ist? Schwitze ich noch nicht, aber warm. Und die Rechtern ist ein wenig kalt. Sprechdose will ich jetzt nicht. Ich schaue mal. Ich schaue mal. Ja, ist das so. Was ist das nicht im Wagensteck? Ich kann es ja gar nicht. Ui. Geht es bis zur Elf noch? Das ist schon wieder unten, aber ja, egal. Ich lade noch mal so ein Auto, sei ich 21 Jahre, das könnte man eigentlich einbrechen. Könnte man eigentlich einbrechen. Ich fahr jetzt erstmal dahin. Komm, bis her. Danke. Mal gucken. Ist das der? Hm. Und noch mal einer? Den kenn ich. Und noch mal einer? Ja. Und noch mal einer? Und noch mal einer? Und noch mal einer? So. Was ist denn das? Ich bin 27, das ist da auch irgendwas. Videospiel spielen. Was für uns? Und noch mal einer? Ja. 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 Ach so. Bis kurz vor S'isch. Ja. Achso. Oh, Jesus. Oh, ich wollte doch nicht runterlenken. Oh, wieso kann er sich lenken? Oh, wieso kann er sich lenken? Was ist jetzt hier? Ah, der Gestalker ist eigentlich nicht drin, das wäre so wie im Knüppel. Vor dem ist so ein Kreis. Ui. Ja, soll ich mich rausgehen? Ja, egal. Fangen wir doch mal an. Da ist ja kein Träger drücken. Äh, KTW nicht. Da ist ja kein Träger drücken. Da ist ja kein Träger drücken. Da ist ja kein Träger drücken. Das war es nicht drin. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, yeah. 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 Vielen Dank. I don't need a snack. Is that a thing we had? A drink in a drink? I don't need a drink. 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 What's that for us? What's that for a game? Watch me. Boom, boom, boom. Bumm 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 Das Ding kaputt Wo ist jemand der Geld gibt Ich bin arm Geld her Du guckst du blöd Geld raus Er hat auch kein Geld dabei Wieso gehen die einen Supermarkt und kein Geld haben Hallo Kein Geld in eine Supermarkt und kein Geld haben Oh Gott Das kann doch nicht wahr sein Kein Geld in eine Supermarkt und kein Geld haben Scheiß Laden hier Was hast du geglotzt? Was ist so Molo Was ist denn eine Ruhe Du blöden Gammel Ja Ein Klub Ein Klub ist kein Bar Ja So wie das Spiel Gott zack Der Klub ist kein Bar Ich sagte jetzt kurz Gahre Tja Toh Tja Tja Mit Tja Tja Es ist offen, dass da die Feuerwehr Wenn da unten eine Bahn steigt, das kann ich merken, ja da wo es grün aus ist Okay, dann machen wir da den grün in den Kreisen Ich habe die Feuerwehr 12. Mission Ja, das sieht man gerade aus Ich bin ja schon zu weit gefahren Eingehaut 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 Ah man, danke für das Dann fangen wir wieder hoch Boah, vorstellen Ich werde hoffen, wenn sie geht Oh, ich bin ja auch auf den Weg Oh, ich bin ja auch auf den Weg Ja komm, Hattel Was? Ich bin schlau oder was? Ich gehe doch weg, Mann Oh, ich bin wir Das war's hier. Was ist das? Frist du? Brauche ich nicht. Das ist einfach krass. Oh, verstehe ich auf der Motorrad. Ja. Da wäre jetzt der Sportwagen gewesen. Was war denn das? Da würde ich mal fahren. Oh. The guy is in Klo. Keep the hair. Unwashed hair, oh my gosh. ZR53 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 Jetzt war ich schon zu weit. Da können wir so Graffiti machen, was auch jetzt leicht kommen könnte, aber ja, machen wir jetzt noch nicht. Wir machen das mal. Vor die Gegend... Vor die Gegenden hier, wenn ich irgendwo aufziehe, machen wir auch auf mich ballern. Vor die Affen dann auch auf mich ballern. Wenn ich nicht mehr in Ruhe fahren kann. Wenn ich irgendwann hier Krankenwagen machen will und das und das, oder vielleicht... Ja, Feuerwehr und das, äh... Warum schießen denn sonst die anderen Leute auf mich? Ja. Also jetzt... hoch... Bis zum Gegenden. Hier bin ich, oder der nächste? Äh, hier bin ich. Ja. 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 Raus! Ja. Ein blöder Depp. Wo soll ich aufhören? Das ist deutscher Wieskein Sportwagen. Ohhhh. We're trying to end Hunter. Hold him. Push. 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 Jetzt kommt hier in den Motorbike-Ding. Treffen oder sonst was. Da hinten war das Mountainbike oder das Motorrad zu fahren. Und alle wie die Gestörten. Oh, da sind gleich nur ein Schrotz. Ja, wer schießt hier schon? Ja. Juhu, nein, nein. Ja. Das ist ein Schrotz. Das ist ein Schrotz. Das ist ein Schrotz. Da ist ein Schrotz. Ich glaube, es geht nicht mehr. Das ist ein Schrotz. Ja, der ist nicht. Alles ist. Oh ja! Oh ja! Dann wird doch jetzt die Bupen! Hier ist keine Ahnung, der hat sich getan, der da oben ist, ob das genau der ist. Nein, das ist, wie der heißt, Prolaps irgendwie heißt. Oh Gott, so handsome. Try or change him. Der hat Sport Sachen. Der hat Sport Sachen. Ich muss raus. Oh! We have a range of bong, too. Hey, what's a good place for a pedicure in my family? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Don't push me, man. I tell you, it's tough to be in this Richard Famer. What's wrong with that? No, 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 no. Where's the shit? DC, right? Cool, show me the card. So, a small hole with a zip. Yeah, it's still somewhere here. 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 Yeah, here's the green one. It's still somewhere here. I don't know. There are two stores in this room. It's still somewhere here. Oh, wait. Oh, there's just now on there. Ja, ja. Es sind zwei... Es sind zwei liegen neinander. Ist doch gleich ein, der ist irgendwo hier. Aber ich bin doch davor gewesen. Damm der Däden, oh mein. Hm. Hier war ja jetzt aber schon Zug. Oh. Das ist 18 Uhr abends. Ja, oh, da drin ist er. Das tut mir sie nicht. Tschüss, ist in der Nacht. Hey, come play with me. Get down. Das Oval. Das Oval. Das Oval. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Das Oval. Da, da. Ich bin ziemlich her. Dann. Ich bin nicht, merke. voter. Ja, der. Da, da. Da, da. апferen! Okay, mach. Da, da. Ich bin hier. Und ich bin hier. Und ich bin hier. Tasteladen, scheiß wieder. Das ist aber nicht. Tasteladen, scheiß wieder. Das ist aber nicht. Tasteladen, scheiß wieder. Tasteladen, scheiß wieder. Das ist doch hier. Digi Dax, ja, okay, da hat der Frigas so um, hä, wobei wohl das jetzt her, stand das, stand das da so rum, was soll das sein, da ist er, okay, kurz wissen, machen wir da kurz, sprechen wir dann kurz da, 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 auch da war die Feuerwehr, stimmt, das Wichtige, okay, besser gefunden, die Feuerwehr, äh, 531, aber dann muss ich gleich wieder speichern, oh, scheiße, wo hat's die scheiß Feuerwehr, da muss ja mal wieder gucken, wo die scheiß Feuerwehr, fuck, da muss ja da auf das Video gucken, wo die Feuerwehr war, ich wollte eigentlich Dreieck drücken, verdammte scheiß, und wie? Hast du was gesehen, hä? Go, schalten. Boah, bleib stehen. Stehen bleiben. Bleib doch stehen, Mann. Hallo. Lass mich verarschen. Oh, der Ampel, stehen bleiben. Lass mich da rein. Lass mich verarschen. Nicht demoliert. Ist nix. Wir müssen kurz rein auf die Zwiebel. Ich habe nichts. Nicht skitze. Ich habe nichts. Nicht skitze. Ich habe nichts. 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 Ist kein Bock da noch. Ich habe nichts. 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 Und das ist der Eingang. Der steht da oben dran. die Zeit warte ich noch 10 Minuten die 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 ich Die haben die auch nur von 5, 5, 6 bis oben. Die haben die auch nur von 5, 6 bis oben. Die haben die auch nur von 5, 6 bis oben. Die haben die auch nur von 5, 6 bis oben. Die haben die auch nur von 5, 6 bis oben. Die haben die auch nur von 5, 7 bis oben. Wir müssen uns aufhören, aber wir müssen uns aufhören. Und das hat mich auch gemacht. Okay, eins, zwei, zwei. Okay, eins, zwei, drei. Okay, eins, zwei, zwei, drei. Jetzt bin ich alles. Ich bin jetzt hier. Look where you going! Yo, move that crap! What are you doing? What the hell? You hit me, fool! You hit me, fool! Alright, try that one over there next time. You just need to kill me! Fly! That ass. You can't kill me, man. I think he has something to do with the position. It's a kill, huh? You hit me, man. You hit me, man. You hit me. You hit me, man. Ah! so das war es dann erstmal mit dem video